Hallo, hey, how are you? Ich bin mit der rechten Arturkula gewusst. Zu kleinem Idiot-Spiel. Ich bin anscheinend ein asiatisches Spielchen. Ich liebe diesen Style-Schweiler. Cho-cho. Cho-cho. Was muss ich tun? Mit in Richtung fassen? Ach du Schein. Bisschen anscheinend, Samurai. Ich kann zum... Kannst du mit den Richtungstasten spielen? Ein Samurai. Ich mag das ja gar nicht, dass man hier... Bisschen spielen muss. Guck ich da irgendwie rein oder so? Warum brennt hier alles? Ja, Samurai. Hier komm ich nicht mal. Ja. Verbre... Als da rein komm ich nicht. The way of the Samurai. Ich lauf mal weiter geradeaus. Ja. Was ist das? Ja. Ich fülle Lacht an. Ja, da wär ich ja da drauf. Das Pferd ist niedergestreckt. Wo aus dem anderen rausgekommen ist? Wie krank ich denn das? What? Das war's schon. Nice. Das ist ja schon mal krass, oder? Heiligspäckle. Das war der linke Weg. Aber ich glaube es ging auch noch den rechten Weg, oder? Ich will mal probieren, ob man da auch rechts durch konnte. Ob da vielleicht was anderes ist. Man weiß ja nie. Ich versteh den Sinn. Es gibt eine besondere Kultur darum, dass jemand Pferde ausspuckt. Wer hat die anderen Pferde tot gemacht? Ich lauf mal geradeaus. Geradeaus geht nicht. Ne geht auch nicht. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er denn jetzt? Meinserbucher. Ja. Ja. Man kann also nur auf ihn treffen. Nice. Ein sehr kurzes, aber ziemlich krank. Krank. Aber echt nice game. Wirklich gut gemacht. Sehr simpel. Ich weiß. Ich weiß, es geht nicht. Ich weiß es geht nicht. Oh nein. Ich weiß es geht nicht. Oh nein. Arigato. Domo Arigato. Ist das Samurai. Ja dafür ist ein Samurai da. Ich liebe ja sowieso die ganze asiatische Kultur. Wow. Cool. Hat trotzdem Spaß gemacht, oder? War halt ein bisschen kurz. Aber interessant. Tschüss. 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 Ich dachte mal. Damit wir wenigstens einen gescheiten Abschluss kriegen. Tja Freunde. Wie ihr seht. Das war. Tja. 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 bitte bewertet das video schreibt was in die kommentare drückt die glocke und ihr könnt seit neuestem auch kanalmitglied werden bei mir wenn ihr mich unterstützen wollt auf irgendeine art und weise ich würde mich freuen wenn ihr lust haben solltet ist natürlich kein muss aber ihr wisst ja ich freue mich dann immer und falls ihr noch kein abo habt einfach nur aufs köpfchen drücken press the headbutton to subscribe obje member sagen in diesem sinne leute kommen wir zum ende ich wünsche euch was bleibt gesund bleibt zu hause haltet euch dran dann werden wir das auch irgendwie irgendwann mal über die reihe auf die reihe wieder kriegen hoffe ich doch ansonsten genießt einfach das leben daheim macht das beste draus mehr kann ich auch nicht tun und ansonsten ich hab euch alle lieb ich sagts schon mit dem finger nicht raus lassen wir hier nicht Thank you, goodbye, goodnight, chao, chao.